hallo meine lieben linux gaming freunde markus hier mit einem kleinen neuen tutorial video und zwar geht es um ein problem was mir selber erst kürzlich passiert ist und zwar ich habe nach meiner hardware konfiguration ein bisschen geupdatet habe eine zusätzliche m.2 ssd verbaut und mir dabei platz geschafft um linux direkt auf einen eigenen ssd zu installieren und habe dann gedacht okay gut setze ich doch mal meinen kompletten rechner neu auf windows 11 installiert wunderbar kein problem ein firmware update von meinem mainboard durchgeführt so weit kein problem dann habe ich gedacht okay ich probiere mal fedora mal wieder aus und habe mir dann fedora einfach installiert so weit so gut kam dann zu dem punkt dass ich die nvidia treiber installieren wollte hat auch funktioniert nur noch ein neustart hatte ich einen black screen okay dann habe ich mir gedacht okay vielleicht liegt es an der installation ich habe irgendwas falsch gemacht habe es noch mal installiert habe wieder das gleiche problem gehabt habe dann auch die anstatt die kde version von fedora mir die gnom variante die ihr jetzt eher auch seht installiert und auch dort hatte ich das gleiche problem bis ich irgendwann mal recherchiert habe ich gedacht habe das kann doch einfach nicht sein das hat doch sonst auch immer funktioniert und habe dann auch erst mal meinen bios nachgeschaut und musste feststellen da ich durch das durch das bios update sämtliche einstellungen wie das übertakten des rams zurückgesetzt wurde die lüfter steuerung ansteuerung was man dann im nachgegangen erst aufgefallen ist dass tatsächlich auch das lüfter verhalten anders war habe das wieder korrigiert und habe dann auch gesehen dass die q boot aktiviert war was ich einfach wegen dem dual boot system mit linux und windows einfach deaktiviert lasse weil manche linux distributionen einfach nicht damit umgehen können fedora kann damit umgehen deswegen ist es mir auch im ersten moment gar nicht aufgefallen nur beim installieren der treiber ist mir dann aufgefallen irgendwas passt hier nicht und ich habe dann ein workaround gefunden den möchte ich euch präsentieren diese information oder diese dieser dieser workaround ist nicht auf meinem eigenen miss gewachsen das ist ein reddit beitrag den werde ich auch verlinken auch die einzelnen punkte werde ich nochmal in die video beschreibung mit aufnehmen aber ich möchte euch einfach dazu updaten weil ich das recht wichtig finde weil gibt ja auch gute gründe dass die q boot anzulassen in einem firmen umgebung oder vielen laptop würde man vielleicht das auch nicht unbedingt wollen dass die q boot ausgeschalten ist ganz kurz ganz leihenhaft erklärt die q boot verhindert im prinzip dass betriebssysteme oder programme außerhalb des bootvorgangs gestartet werden können es sei denn sie können damit umgehen wie zum beispiel windows oder halt manche linux distributionen aber man will damit auch verhindern dass mailware oder sonstige sachen den start verhindern oder gehackt werden oder aber für windows 11 pro zum beispiel selber ist es eigentlich nur das tmp was wichtig ist was voran sein muss die q boot muss nicht aktiviert sein das jetzt wenn du es selber nicht voraus das heißt also wenn ihr das deaktiviert in eurem bios könnt ihr windows 11 trotzdem weiterhin ganz normalen nutzen wie es uns auch nur wenn ihr dual boot nutzen wollte würde ich es euch raten einfach auszuschalten weil in der firmen umgebung wie gesagt macht es durchaus sinn wenn man privat auch mit linux gerade für mich oder vielleicht seid ihr da auch so enthusiasten die da mal ein bisschen mit den us-rum spielen wollen verschiedene varianten mal ausprobieren wollen ist es eigentlich eher ungeeignet und diesen workaround den möchte ich euch gleich mal zeigen wie das geht falls ihr nicht die möglichkeit habt das secure boot zu deaktivieren oder es nicht deaktivieren wollt was er auch durchaus sein kann deswegen zeige ich euch das jetzt wie das geht so wie bin ich denn zu dieser anleitung gekommen und zwar einfach den firefox geöffnet unter reddit habe ich das gefunden fedora secure boot nvidia kommt ihr dann genau zu diesem beitrag hier und erstmal aufklappen das sind ein paar befehle die zu beachten sind die man auch machen sollte ich habe festgestellt ich für meine version für meine installation hat das gelangt bis zum punkt 9 sämtliche punkte durchzugehen punkt 10 11 und 12 das sind dann ja so sachen ist es dann wirklich installiert ist dann wirklich alles gemacht etc pp das wollte ich dann eigentlich für mich umgehen wenn ihr das machen wollt natürlich tut das gerne ansonsten einfach gucken was steht da drin ihr könnt einfach die ganzen zeilen auch mit diesen commas hier also wirklich die kompletten zeilen einfach erst der gc kopieren dann öffnet ihr so das ist ja bei schritt für schritt für schritt einfach durch und dort wo reboot drin steht macht ihr einfach mal ein reboot und was ihr damit macht im prinzip das sind für das secure boot das stecken auch so private und public keys dahinter den man einfach für das linux generieren muss um dem secure boot zu sagen ja die und diesen key habe ich und dann funktioniert auch die installation des nvidia treibers also wie gesagt wenn ihr der secure boot aktiviert hat und es nicht aktivieren könnt wollt whatever gibt genug gründe dafür es anzulassen genug gründe das zu deaktivieren aber es ist egal falls ihr das nicht deaktivieren wollt oder könnt hier ist in einer kurzen anleitung dazu wie gesagt ich tue es noch in die video beschreibung noch mit rein schmeißen dann müsst ihr euch das vielleicht nicht ganz so durchlesen aber einfach eins zu eins durch machen da werden auch die tools installiert die man dazu braucht um diesen key zu generieren es hat einwandfrei funktioniert ich habe auch nichts anderes gemacht wie die befehls zeilen einfach ins terminal einzugeben neue stadt machen wenn der neue stadt gefordert war und fertig wunderbar hat funktioniert einzige sache weil bei mir danach auch ein können update stattgefunden hat im system sobald können update kommt müsst ihr diesen key noch mal neu importieren das heißt also punkt nummer 6 müsst ihr noch mal neu ausführen bei einem bios update das heißt er würde dann einfach starten können update tschuldigung das heißt er startet einfach neue neue können mit installiert wird erstartet sagt okay ich kann die invidia treiber nicht laden erst dann lädt die standard grafikkartentreiber einfach diesen punkt 6 heraus kopieren in den terminal einfügen neu starten die installation mit dem mock manager noch mal einfach noch mal durchführen kurz warten oder auch ein neustart und schon könnt ihr die treiber wie gewohnt nutzen ich habe mir jetzt vorgenommen ich möchte mir nochmal manjaro oder vielleicht auch endeavour os mir mal anschauen bin dann noch ein bisschen unschlüssig ich möchte halt ein paar verschiedene linux distribution mal ausprobieren für euch falls ihr ideen habt was ihr mal wissen wollt was ihr testen wollt welche linux variante ihr euch vielleicht mal vorstellen könnte ich mal euch präsentieren soll dann gerne mal ab in die kommentare damit und auch bei anderen themen andere themen wissen wollt ihr was irgendwie handelt unter linux unter was gezielt aufs gaming abzielt immer her damit in die kommentare ich kümmere mich drum und hau dafür dann ein video raus und würde mich freuen über ein abo und einen daumen nach oben vielen dank und bis zum nächsten mal